Hallo Jungs, hallo liebe SCP-07-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eins gegen Eins. Heute treten Robert Leipatz und Marvin Pieringer gegeneinander an. Passend zu den anstehenden Feiertagen lautet eure Aufgabe, Ostereier zu bemalen. Jeder von euch bekommt jeweils drei Plastik-Ostereier. Die dürft ihr so gestalten, wie ihr wollt. Beklebt sie, bemalt sie oder hübscht sie einfach etwas auf. Ich hoffe, ihr habt schon eine Idee, denn in zehn Minuten solltet ihr fertig sein. Alles klar? Dann legt man los. Zeig her. Ja, herrlich. Dann teilen wir das erstmal so auf. Guck, da habe ich schon fast kaputt gemacht. Das sind natürlich auch geile Eier. Wie benutzt man sowas? Ich weiß sowas gar nicht. Der Fröner, der Fötter, um die Pinsel sauber zu machen, das Wasser. Grundfarbe brauchen wir. Blau. Das ist schon die erste Herausforderung. Und jetzt? So. Tor weg. Das ist schon viel besser. Wie bemalen wir sowas? Ich brauche ein bisschen Inspiration. Was machst du überhaupt? Verrate ich nicht. Oh. Scheiße. Oh. Scheiße. Ein kleiner Hauch. Ich sage dir ganz besser. Jetzt macht er mich einfach nach. Jetzt habe ich mir alles gesehen. Das ist ein Regelverstoß, bin ich ehrlich. Ich merke einfach, dass ich nicht so ein kreativer Mensch bin. Mir fällt schon nichts mehr ein, was ich da drauf machen kann. 5, 4, 3, 2, 1. Und eure Zeit ist vorbei. Super. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Liebe SCP 07 Fans, jetzt seid ihr gefragt. Welcher von den beiden hat die Challenge besser gelöst? Leipi oder Marvin? Ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Stimmt gerne ab in den Kommentaren. Und da kommt da noch. Es geht auch nicht hinterBE einen Platz. Wenn du ja Tag hast, dann bin ich gew cries. Geена nicht hinterher komme. Stimmt ape. Musst zehn Mann für meine Archivitionen zhou. Kannst du чит in? Just scriptures.